Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Neujahrsexpress, dem fünften Teil. Heute fangen wir von München nach Luxemburg und das einfach so eine ewige lange Strecke ist. Starten wir direkt, ne? Realistisch freut mich, dass du dir eingeschaltet hast. Wir haben heute sage und schreibe den 31.12. und wir nehmen auch die Uhrzeit. Es ist sogar diesmal früher und das belastet sich nicht mit dem selben Tag auf. Ähm, ja, das wird wieder spaßig, das alles hier rechtzeitig noch fertig zu bekommen. Irgendwie sind wir sogar noch mit Sonnenuntergang so ein bisschen. Das ist auch nice. Äh, ja. Vorweg sind wir mittlerweile das zweite Video am Tag, direkt nachdem ich irgendwie... Gut, ich habe jetzt deutlich länger geschlafen, aber ich war auch davor mehr als 38 Stunden wach. Ähm, jetzt wieder eine Anzeige, Luxemburg, da geht's dringend. Jetzt habe ich natürlich auch gestanden. Zündung gestanden, muss er starten. Frontlicht an. Wir schalten die Klimaanlage an. Äh, was war das? Das ist der V, oder? Ja. Wieder 22 Grad, wir schließen die Fronttür, drehen den Gang ein und fahren los zum ersten Halt. Wir können uns währenddessen nochmal einloggen. Wir wollen ja mitfahren, jetzt wollen 12 mitfahren. Wir müssen zwischendurch noch eine Pause machen. Können wir nochmal U, I, O und P anstellen. Na, ob wir jetzt hier wieder rauskommen. Oh ja, fahr doch einfach. Och man, jedes Mal denselbe Mist. Wurde ich noch weiter zurück, oder was? Aber das, aus Ausfahrten hier rauszufahren, ist echt das Nervigste, finde ich. Soll man jetzt hier noch was erkennen können, wann man raus kann, sondern wann nicht. Jetzt kommen wir auch wieder so viel nach, das kommen wir nicht, weil die ganzen Linksabbieger da am Weg sind. Das ist echt Nervig. Irgendwann können wir uns gerade eh nur vordrängeln. Oder das komplett vergessen. Okay, hat nicht geklappt. Ich glaube, ich werde da ein bisschen dahin entschieden. Kommen wir rechts rum? Nee, ne? Doch. Dann fahren wir uns einfach hier mit. Mit dem Feierabendverkehr, ich merke das schon. Das heißt, wir haben uns immer schön richtig gut reingedrängelt. Jetzt sind wir zum Beispiel mal auf der richtigen Abbiegerspur. Das ist echt super geil, dass wir jetzt, wir fahren eh schon so lange. Und dann haben wir jetzt hier nochmal einen richtig geilen Feierabendverkehrsstau. Mal schauen, ob das hier noch dieses Jahr rauskommt. Ich würde zeigen, dass wir mittlerweile... Boah, krass. Krass, wie auch meine Hände nach dem Flumpo riechen. So, die nächste Ampelfase ist vielleicht unsere, oder die übernächste wahrscheinlich hier. Hoppla. Kann man nicht mehr rechts jetzt umstehen. Wir wollen jetzt weiter mit dem Zap. Also wie gesagt, fast irgendwie was vergesse und so weiter, dann seht ihr jetzt mal nach. Aber ich habe zwar ordentlich gut nachgeschlafen. Drei Stunden mehr als sonst, aber... Ja, ich vergesse ich gerade jetzt trotzdem noch ein bisschen da. Gut. Vielleicht hätte ich, wenn ich im anderen Video nicht, äh... Wenn ich im anderen Video nicht Freestyle das gemacht hätte, so wie jetzt eigentlich immer. Sondern mich darauf vorbereitet hätte, ein bisschen mehr, dann wäre es auch... Hätte ich die paar Sachen auch nicht vergessen, aber gut. Das ist halt so. Moment. Jetzt sind wir jetzt in der ersten Reihe und können dann direkt los. Also ich werde wahrscheinlich das Video für den ersten auch am ersten aufnehmen. Allerdings hoffe ich dann, dass es eher so 13 Uhr rum ist. Dass wir dann zumindest die letzte Fahrt im Tag fahren können. Dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen was vom Hellen haben. Aber ob das so und dann so kommt, das werden wir dann sehen. Aber ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal sehr stark davon aus. So, was ist cool, dass wenn die KI jetzt hier losfällt, dann wissen wir, dass wir auch losfahren können. Müssen wir gleich gucken, ob wir jetzt dürfen oder nicht. Ups. Das war die falsche KI. Hoffentlich ist jetzt auch gleich grün, dass wir auch da jetzt schnell rüberkommen. Beide ich bezweifle, dass wir rüberkommen. Erst die nächste Ampelfase. München halt, wie wir gerade sehen. München, sehr viel Stau und so. Mal schauen, ob es rechtzeitig noch Schatten anzukommen ist. Also, es ist ja nicht um die Ecke gewesen. Von daher passt das ja. Oh, das. Wie wir also bei uns. atto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So schnell wieder einmal außen rum fahren, genau. Dann machen wir das doch auch. Dann stecken wir jetzt hier gleich die Passagiere ein. Dann steigen wir mal aus, machen die Luke auf. Was wollen? Eine Menge mit, ne? Wir fahren nach Luxemburg, genau, das ist richtig. Luxemburg, jawohl. Servus, fahren Sie in meine Richtung? Das ist so richtig. Machen wir hier weiter. Luxemburg ist korrekt. Mahlzeit. Hi, fahren Sie in meine Richtung, sehr freundlich. Ja, fahre ich. Ich fahre nach Luxemburg, also das ist richtig. Ich muss auch unterwegs noch mal eine Pause machen. Auf geht's. Hi, das Ticket, bitteschön. Sehr freundlich. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ach, nope. Ist schon okay, ich nehme einen anderen Tag. Das Ticket, cool. Luxemburg ist korrekt. Mahlzeit, hier, vielen Dank. Jawohl. Und das war's dann auch gewesen. Dann können wir noch mal kurz hier eine Minute verstreichen lassen. So, dann machen wir die Luke zu. Wir können hier einfach nur noch zurückgehen und zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das passt. Dann setzen wir uns mal hin. Und da können wir jetzt auch los. Wo Pause machen? Ich vermute mal hier dann, ne? Also, dass wir dann bei Heidelberg, bei Karlsruhe, vor Mainheim das auch bei der Fälle machen. Ich würde dann dort die Pause machen. Dann, äh, Fahrt starten. Dann schließen wir die Türen. Und dann geht es ab. Nach Luxemburg. Genauso Karlsruhe, muss ich mir merken. Wenn wir an der Abfahrt von Karlsruhe vorbei sind. Was auch die Abfahrt, oder? Nochmal eben kurz nachgucken. Wenn wir bei der Abfahrt von Karlsruhe vorbei sind, genau. Dann, äh, sollten wir uns So, Tank ist noch voll. Vielleicht müssen wir sogar auftanken, wer weiß ja schon. Obnex. Dann fangen wir jetzt mal weiter geradeaus. Und dann können wir schon mal die Absage, äh, Absage, genau, die Ansage abspielen. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind froh, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich an deinem Lieblingsstieg heute hierher kommen können. Bevor wir starten, möchten wir uns ein paar Informationen über die Reise über die Reise. Die Wearing von Seatbelts ist compulsory an Bord der Bord. Deshalb, bitte bitte, dass ihr Seatbelts festgelegt durch die ganze Reise. In der Seatpocket in front of you, you will find our Information Card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the Internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by e-mail to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with flixbus. So, it looks like it's done. And we have already been the first few kilometers undergebrochen. Ungefähr, I don't know how many of them were, but say about 10 kilometers. We will now leave now in München. And so we are now on the street, with which we will leave in München. and so we'll try to get back to the place. So, thank you. Thank you for, I don't know what you have to do. Eh, yeah. Oh, God. But on the long time, I have at least a little more space for the rest of the place. So, I can also, deutlich mehr sowohl aufnehmen als auch aufgenommenes im gerenderten zustand noch mal rumliegen lassen sag ich mal bis es dran kommt was schon praktisch ist eine gute sache das heißt davon werden wir auch alle filmen neun jahr profitieren aber werde ich profitieren und dementsprechend auch ihr dass es konstante videos geben könnte um es mal sicherheitshalber noch mal so zu formulieren dann gehen wir weiter nach augsburg wahrscheinlich denn auch von mühlenberg kommen wir ja in der letzten folge vorbeigefahren auch sogar dreispure hier ist aber das ist aber nett ein nettes kreuz ich finde es echt frisch dass ich gerade echt das wasser ausgedrucken habe bevor ich es hätte brauchen können ja schon praktisch ne da habe ich jetzt nichts mehr für die fahrt aber gut wir werden ja mit ja ich noch mal rausgewogen polizei pipapo da bin ich mir ziemlich sicher dass uns noch mal die polizei raus hinkt von daher da kann ich mir dann hier in der zeit dann kurz noch mal was einschenken knapp 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 na ja ja irgendwie das bus fahren das macht mich schon so ein bisschen das ist halt wieder so ein anderes bus fahren halt wirklich auch weil es halt hier so arcade lastig ist ne nicht so jetzt wie bus in mathe 18 wo es wo wir mittlerweile zwar auch schon im arcade modus sind aber halt immer noch so einen wirtschaftlichen aspekt mit drin haben beziehungsweise den aspekt drin haben eigentlich haben wir gerade nur den arcade modus im aspekt weil wir ja darauf warten dass wir den den die nächsten zwei asse noch bekommen aber mal ganz abgesehen davon ist dann hier dann auch wieder ein bisschen was anderes ne die welt ist auch eine andere also ja das ist schon... das ist schon nice ich befürchte gerade dass ich eigentlich hätte auch noch bus in mathe 18 aufnehmen müssen ich glaube nämlich ja ich glaube morgen würde eigentlich bus in mathe 18 kommen mal gucken vielleicht bekomme ich noch die zeit dazu dass ich dann noch ein bisschen was aufnehme die nächsten sechs stunden denke ich mal sollte ich auf alle fälle mal was rein kleines rein zwischen geschoben bekommen ich finde das rennen nämlich allzu lange dauert so fangen weiter nach stuttgart weiter auf der mittleren spur ich habe keine taxifahrer die besser fahren als sie sowas von klar das ist einfach richtig abgehoben hier wieder ne und dies war ohne bug sondern einfach weil wir ein auto mitgeschoben haben wir haben schon den ersten abschnitt der baustelle oder die erste baustelle was war das? gut dann haben wir jetzt doch platz um nach rechts zu fahren ich wollte gerade sagen wir müssen auf der rechten spur äh auf der linken spur bleiben weil auf der rechten lkw ist aber gut dann hat sich das jetzt auch erledigt mit dem zweiten unfall auf den ersten 100 km von 600 geil geil wieder schön abgrenzen und jetzt geht es den berg wieder hinauf ich habe jetzt schon Bock nochmal hier so eine ganz lange tour zu machen ich denke mal vielleicht mache ich die nochmal im sommer auf jeden fall nochmal eine tour hier im Fernmuslimulator mal schauen werden wir sehen ansonsten wie gesagt wenn ihr das projekt in aktiverer form sehen wollt sag ich jetzt mal ein paar mal im monat so nach dem motto dann sagt gerne bescheid und dann nehme ich auch ein bisschen mehr Fernmuslimulator auf und fahr dann einfach irgendwelche flexbusrouten oder sonstiges ja moin wozu auch blinken und polizeikontrolle und polizeikontrolle ich habe es ja gesagt das heißt wir können jetzt äh nochmal das ganze anpassen das weiß ich kann eigentlich mehr noch was zu dringend einstecken das wollte ich sagen anpassen Gott oh Gott oh Gott Worte die im zusammenhang keinen sinn ergeben aber ich habe euch ja vorgewarnt was das betrifft schön dass wir müssen nicht mehr anhalten sondern wir werden ihn angehalten fahrzeugschein vorhanden fahrzeugschein ebenfalls licht auch warndreieck ebenfalls warnweste angeschaltet passagiere zwölf von zwölf und genau passend trinken eingeschenkt dann lassen wir unsere reise fort nach luxemburg fünft sechstel haben wir ja schließlich noch vor uns dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas um auf die Bahn zu kommen ich schwöre nix von hinten dann können wir auch glaube ich rüber so weiter Richtung Karlsruhe genau nach Karlsruhe war das glaube ich ne war das Karlsruhe? ja es war Karlsruhe fahren wir Richtung Stuttgart und Karlsruhe weiter auf der A8 im Regen werden jetzt hier A8 angesetzt jetzt ist es aber eine trockene Farbe dann können wir hier auch weiter mit Hundert durchbrettern oder haben wir 502 wie auch immer und wir brauchen mal eine 40 Tonne oder setzen sie uns damit an ok wir können ja nicht rein das geht ja wahrscheinlich wieder leicht weg auf wenn ich es richtig sehe ok eigentlich kann ich hier auch auf dem System PS-Monitor schauen da ist es ein bisschen heller da sehe ich ein bisschen mehr so wenn wir das Upside-Berg aufgehen aber nicht das wichtigste zumindest in dem Fall aber eigentlich so ganze Nachtfahrten hier dann komplett auf dem dunklen Monitor zu fahren das ist natürlich noch passender aber ich finde einfach die komplett beleuchteten Schwacks hier diese Coca-Cola Trucks die zumindest den Coca-Cola Schwackner darstellen sollen finde ich schon nice und von einer Polizeikontrolle zur nächsten man kennt's 40 Kilometer gefahren nächste Polizeikontrolle die haben Bock ich merke das schon und der Schnee hat auch wieder nachgelassen ist quasi nicht mehr vorhanden lass uns mal ausrollen davon dürfen wir wahrscheinlich nur noch 40 wie zuvor auch rollen wir da auch schön gemütlich rein bremsen müssen wir nicht wir werden hier quasi eigenhändig gestopft vom Game Führerschein vorhanden Fahrzeugschein ebenfalls sollte eigentlich auch wieder alles tippitoppi sein warum sollten die Passagier jetzt wieder sich unangeschnallt haben wunderbar weiter geht die Windfahrt aber wir sind noch nicht da wo wir hinwollen boah wir haben noch ordentlich einen Weg bis wir dahin sind das wird ein richtig langes Video wenn das so weitergeht mit der Polizei und so die hört uns da gerade ganz gut auf könnte sein dass das Video nicht ganz in diesem Jahr noch rauskommt je nachdem wie lang das noch wird und wie groß der Meldeffekt der Teil ist aber ich denke das soll doch kein Problem sein ich denke mal das wird wahrscheinlich nur 2-3 Stunden in Dauern zu hoch zu laden na eher 2-2 denke ich mal das werde ich unter 2 bekommen heißt es wird definitiv nochmal dieses Jahr rauskommen passend am selben Tag noch also das ist schon gut das ist schon mal gut so auch hier weiter mit 100 eigentlich huhpala da haben wir die 100 da haben wir den Tempomat wieder einstellen da geht sie weiter die Wildfahrt weiter Richtung Stuttgart und dann weiter nach Karlsruhe das ist jetzt heute gerade so rumleck das spiegelt mich ein bisschen ich wüsste nämlich nicht warum das sein sollte aber ist halt so aber ist halt auch vom Game selber von daher das ist gerade vielleicht ein bisschen weniger an mir sondern mehr am Game selbst und schön wieder hier bergab und dann wieder leicht bergauf vielleicht in den Tunnel rein oh Gott boah ist ja knapp da gucken wir auch echt schlecht reagieren gerade und auf 60 sogar nur und guck mal auf 453 so schnell war ein bisschen zu wenig aber gut und jetzt auf 62 das passt ja und jetzt hier wieder schön über kaum erkennbare Fahrbahn an Stuttgart vorbei über kaum erkennbare Spuren fahren an Stuttgart vorbei weiter auf der A8 gen Westen nach Karlsruhe an Stuttgart an Stuttgart ganz kurz, ganz wild aus da vorne, aber hat sich einer ja doch gelegt und erledigt in einem. Jetzt wahrscheinlich gleich noch mit, na es geht auch noch mit 100 weiter. Also hier weiter mit 100. Irgendwie verwunderlich, dass es dann immer nur punktuell am Start mit Schnee liegt. Finde ich ein bisschen schade, dass man weiß, okay ich fange an mit Schnee und fahre dann in keinen Schnee rein. Also wenn das dynamische Wetter hier, das dynamische Wetter das ist, dass man immer die Wetterbedingungen hat, wie sie in Realität aktuell zu dem Tag sind, dann wäre es natürlich auch praktisch, wenn man dann nicht direkt mit Schnee ist, mit einem gespornten Schnee quasi stand, sondern auch dann halt direkt mit den realen Wetterbedingungen, weil... Ich bin mir sicher, ihr wisst schon, was ich meine. Boah, können diese Lecks bitte aufhören vom Game selbst? Das ist gerade echt nervig. Nervig, vor allem ist es ein unbegründeter Lexus, es gibt ja hier nichts gerade. Ja, okay. Warum auch immer jetzt die 60 angeprangert waren? Ich sehe weder Stau noch sonstiges. Wir haben hier wieder eine Raststätte. Also sind wir noch nicht unsere, wir sind noch nicht mal bei... Oh. Sind noch nicht mal bei München, können wir das auch bei Stuttgart, kann das sein? Oder sind wir schon an Stuttgart vorbei? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir sind schon an Stuttgart vorbei. Und sind auch bald bei Karlsruhe. Dann müssen wir auch echt dann die Rasten machen. Moment, oh Gott, wir haben um 17 Uhr begonnen die Fahrt. Und wir haben es aktuell 19 Uhr 34. Ja, zeitlich gesehen sind wir sogar noch sehr früh dran mit der Pause. Aber lieber zu früh als zu spät, von da passt das ja alles wunderbar. Dann haben wir jetzt eine Baustelle, wir sind jetzt bei der Abfahrt. Wir fahren in eine Baustelle rein, kann das sein? Ne, die Baustelle ist nur auf dem anderen Abschnitt. So. 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 Wir sind auch noch im Stahl unterwegs gewesen. So. So. Wir sind noch so ein Stahl unterwegs gewesen. So. Die wollen nicht nach Stuttgart und Karlsruhe, deswegen... Jetzt gehen wir über drei Spurig geradeaus weiter, wunderbar. Weiter Richtung Heidelberg. Da war es ja gerade schon die Abfahrt nach Karlsruhe. Ich glaube, es könnte sein, ich weiß es nicht. Es ist die Zeit, die der Schläffer geht, oder wie? Ich bin verwirrt, was ich da gerade gemacht habe. Wenn wir lieber so, ja auch bei Karlsruhe vorbei, dann kommt gleich unsere Raststelle, wo Pause machen werden. Jetzt noch mal der Firmenhof. Tanken müssen wir glaube ich nicht. Wir haben einen halben Tank. Ich würde sagen wir tanken, einfach nochmal auch sicherheitshalber. Könnte prinzipiell reichen, aber da wir schon noch die Hälfte des Tanks haben, oder kurz davor sind, nur noch die Hälfte des Tanks zu haben. Tanken wir doch nochmal sicherheitshalber, ne? Dann haben wir schließlich noch die Hälfte der Strecke ungefähr vor uns. Oder ausschalten. Volltanken. Dann können wir die Reise ja wieder fortsetzen. Dann starten wir die Zündung und starten den Motor. und dann Abruf zum Resten. Das war knapp am Schild vorbei. Das war knapp am Schild. Dann wollen wir mal eben rasten. Ach, da war ja was, ich muss aushaltungsvoll sein. Okay, ein bisschen belastend auch noch gestanden. Ja, dann wollen wir mal kontrollieren, ne? Und vorne wahrscheinlich mal vergessen. Da haben wir so. Kontrolliert. Da kann. die Weltfahrt hier weitergehen. 300 Kilometer haben wir noch bis Luxemburg. Die wir noch zurückzulegen haben. Ja, zeitlich sehen wir aber wirklich sehr gut da sein. Sehr gut zeitlich da sein. So, dann geht es weiter Richtung Frankfurt am Main. Ne, wir müssen uns jetzt rechts halten. Kann das sein? Ich glaube rechts müssen wir uns halten. Das ist also ein bisschen merkwürdig aus, ne? Oder wir müssen uns rechts halten. Das geht Richtung Mannheim. Und dann fahren wir erstmal schön ein bisschen Landstraße. Bis wir dann auf die A6 fahren. Das ist super angenehm. Und dann mit den Lexis auch noch gleich auf der Dings zu fahren. Aber gut. Wie eine andere Herausforderung. Wir gehen ab nach Mannheim. Halten wir zwar nicht. Aber wir fahren zumindest durch. Aber wir müssen doch wirklich gleiche Stadtdurchfahrten haben. Dann wird es dann noch. So hat sich nochmal länger. Huiuiui. Bin ich echt gespannt ob wir es noch rausbekommen werden. Dieses. Dieses Jahr. Das ist ja schon wieder so. Super Ding hier. Super Voraussetzung hier. Ich mache es auch noch zum Ende des Jahres mal wieder ein bisschen spannend. Oh Gott. Dann wollen wir mal ab nach Mannheim. Oh Gott. Bisschen langer Straße zur Abwechslung auf so einer langen. Auf so einem langen Abschluss ist ja auch nicht schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Gegenlenken hier wieder. Ich bin mir gerade noch etwas unsicher. Wobei ich auch auf Autobahnen die ganze Zeit war. Die ganze Zeit ist eigentlich relativ gut die Bahn gehalten. Von daher. Kann aber auch ruhig etwas drüber brettern. Über die Landstraße. Über die Fluss rüber. Da vorne sind wir schon in Mannheim. Ne. Oha. Doch. Krass. War ein kurzer Abschnitt auf der Straße. Bisschen Mannheim. Ich will hier raus. Belastend. Wenn es halt auch despawnt. Hallo, Kamera arbeitet nach vorne. Mach's halt nicht. Wie gesagt, nicht die optimalen Bedingungen hier gerade. Die Lecks sind da jetzt auch nicht sonderlich hilfreich für. Um die Bedingungen zu verbessern. Die Bedingungen zu verbessern wird. Die Bedingungen mit nach vornegestern Devil. любой Z Budgeht. Unsere Gedanken zu verme. Diab. In dro explaining. Die Sirenen sind nicht wegen uns, steht schon mal fest. So, die nächste müssen wir dann links, hätte ich auch gerade eh mehr deutlich besser benutzen können, das war halt definitiv mein Fehler. Wir haben hier einfach viel, viel, viel zu spät angefangen zu bremsen. Die nächste wieder rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, okay, da spawnt plötzlich der Schatten. Das waren 67 Kilometer noch, okay. Weitere dann geradeaus. Das ist ja auch eher der Double Tap mit der Double Tap Bremse bremsen müssen, als mit der normalen. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch anders auszugehen. So, weiter geht's. Das haben wir ja schon. Aber jetzt noch mal einen kurzen Abschnitt Landstraße, bis wir dann wieder auf die... War das jetzt A6, war das glaube ich, ne? Bis wir auf die A6. Dann fangen wir auf die A6 und dann wieder auf die... Oh Gott. War das die A3 von Luxemburg? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt direkt vor uns an, auch mal so langsam. Wie optimal. Wir schauen mal. Wie gut. Wir schauen mal. aber erstmal die bundesstraße 37 zur nächsten autobahn zu fahrt leicht uneben wie man merkt auch wenn es bergauf geht aber mal gucken wir sind schneller als der lkw unter umständen rund 80 das ist super nett ist ja nicht so dass es sowieso schon bergauf gehen würde bergab hätte es ja schon mehr oder nicht verstanden so oder so aber naja gut wenn es eh weiter mit 80 geht dann ist es halt so die sie wieder schneller bergab ok ich verstehe aber doch rechts hier mal neben mir dann ist es wieder bergauf mit einer schön realistischen steigung knapp leicht ausgemacht und dann sollten wir jetzt auch schon etwas da sein bei der autobahn wo wir uns auf der links halten müssten naja aber erstmal rechts wenn wir noch hier rüber kommen oder geht das noch weiter dann schauen wir noch ein Stückchen weiter dann schauen wir noch mal in eine andere stadt rein dann geht es nach kaiserslautung erst auf die brücke und dann sind wir schon fast auf die brücke auf die autobahn und dann sind wir auch schon fahren wir ein kurzes stück durchs jahre und dann sind wir auch schon fast in frankreich zumindest um dann fahren wir da kurz darauf hin nach luxemburg rein dann geht es nach kaiserslautung da muss man dann sehen wir sind dann können wir uns mit der aumentar nach WhatsApp wir haben uns alle hier wieder dann sehen wir mal Noch ein Stückchen weiter und dann geht es weiter nach Saarbrücken. So hätte ich grenzen müssen, ganz doll nämlich. Fast nur noch 210 Kilometer, nur noch ein Drittel, ey, das ist der Wahnsinn. Ich wusste, dass sie die Folge lang wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so lang wird. Können wir nicht ändern, ist halt so wie es ist. Das einzige, was ich hätte ändern können, wäre, dass ich das Video nicht an dem selben Tag aufnehme. Aber gut, da ist es mittlerweile auch wieder zu spät. Ebenso wie das für das morgige Video zu spät ist dafür. Für das letzte Video dieser Reise. Aber dafür ist es auch einfach eine Tagesfahrt. Auf jeden Fall ist es auch wieder so gut gesagt. Ich hoffe, dass es eine Tagesfahrt wird, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal lieber so, dass ich es hoffe. Jetzt haben wir wieder eine Baustelle. Ich sehe keine Baustelle hier. Ich sehe keine Baustelle hier. Jetzt haben wir jetzt mal schön getrollt wieder vom Game. Diese Fake Baustellen hier. Hat aber jemand vergessen, die Dinger da auszumachen. Großer Brücken ist nahe. Nur so nahe ist dann auch die Grenze. Nach Frankreich. Aber erstmal fahren wir in Saarland rein. Dann wird da vorher wieder vor sich hin geeiert. Dann wird da vorher wieder vor sich hin geeiert. Dann können wir auch erstmal schön gut überholen hier. Dann können wir erstmal schön gut überholen hier. Jetzt geht's noch ein Stückchen weiter auf der A6. Dann können wir da vorne sehen. Jetzt geht's wieder vor sich hin. Ich finde auch nice, dass die Trucks einfach nur einfarbig sind und teilweise auch welche mit Lackierung durch die Gegend fahren. Ah, schon angenehm. Erstmal schön die Kollegen ausgebremst. Wir sollten dann jetzt auch da vorne die Grenze haben. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Grenze hier dargestellt ist. Ich bin nicht mal auf dem Schirm, wie es bei Labern war. Wie er schon mal in Frankreich war. Alles klar. Ich dachte, das hätte gereicht, aber gut, leider nicht. Weit. So. So. Wunderbar. So. Dann werden wir den letzten Lkw. Dann weiß man nach dem her. Ich glaube, weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, wie lange wir jetzt hier sind. Mal kurz nach. Okay, wir fahren noch ein kleines Stückchen. Oh, nein. So, dass die Autobahnen ein bisschen anders sind. Äh, ja. Großes Stück fahren wir zumindest hier. Mit 100 weiter. Weiter Richtung. Ich glaube, wir fahren nicht nach Straßburg. Wir fahren weiter gerade aus. Alle Straßen führen nach oben, aber diese nicht. Äh, das ist auch eine Kurve da. Das, äh, puh, muss man wissen. Haben heute wieder einiges zusammen, ich merke das schon. Ich bin am überlegen, ob es hier sinnvoll ist, heute noch wirklich ein bisschen mit Arsten aufzunehmen, weil ich dafür die Zeit finde. Äh, mal schauen. Und damit haben wir nur noch, nur noch ein Sechstel. Wunderbar. Die letzten Kilometer ging ja flink von der, von der Hand so gesehen. Ja, das geht gleich rechts rum. Ich bleib dann eher hinter den KI-LKWs. Das ist ja nicht mal zu weit bis zur Abfahrt. Ja. Hoch nach Luxemburg. Scheiden wir hätte jetzt doch noch überholen können, aber gut, dann bleiben wir jetzt, also jetzt bleiben wir erst recht. weil wir die Chance verpasst haben, im Boden nicht. Bevor wieder gemeckert wird, weil wir so dicht auffahren in der Auswertung. Machen wir es mal so. 96 Kilometer, vielleicht haben wir noch ein Stückchen mehr als ich dachte. Vielleicht habe ich noch mal falsch eingeschätzt. Ja, hätten wir die Dicke noch nicht holen können. Können wir die Dicke noch nicht holen? Jetzt nicht mehr. Weißt du, das ist nicht so empfehlenswert? Gut. Das ist nicht so ausgeprägt. Kann das sein? Ich bin verwirrt. Äh, ja. Okay. Faszinierend. Jetzt. Gerade in unserer Stelle müssen wir aber nicht weiterfahren. Und mit diesen Aussichten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen dieses Neujahrsexpresses. Es wird morgen kein Video geben von Thermos Simulator auf dieser Strecke, weil wir kommen wir nicht in Luxemburg an. Also war es das gewesen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, beziehungsweise einen guten Flug, wie auch immer man es bezeichnen mag. Wir sind schon ein bisschen durch Frankreich gefahren und dann passiert das jetzt hier, ich bin verwirrt. Und dann sehen wir uns in aller Frische wieder im neuen Jahr 2021. 2021. Machs gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017